Das Leben ist einzigartig. Jeder Mensch hat Pläne für sein Leben. Doch es gibt auch Ereignisse, die sich nicht planen lassen. Herzkreislauferkrankungen und Krebs sind die häufigsten Todesursachen in Europa. Wir von Daiichi Sankyo konzentrieren uns auf diese beiden großen medizinischen Herausforderungen unserer Zeit. Weil wir Menschen helfen wollen, ihr Leben voll auszukosten. Seit jeher ist es unser Ziel, aus Wissenschaft einen Mehrwert für Patientinnen und Patienten zu schaffen. Mit Leidenschaft versuchen wir Lösungen für Menschen in Not zu finden. Als verlässlicher Partner für Ärztinnen und Ärzte und ihre Patientinnen und Patienten. Seit vielen Jahren versorgen wir Menschen mit Herzkreislauferkrankungen mit Therapien. We care for every heartbeat. Mit einem breiten Portfolio an innovativen Medikamenten wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die Gesundheitssysteme in ganz Europa und damit Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Keine Krebserfahrung gleicht der anderen. Darauf basiert unser Ansatz in der Onkologie. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Therapien für Bereiche mit ungedecktem medizinischem Bedarf. Um hier die Behandlungsstandards zu verbessern. Mit mehr als 120 Jahren wissenschaftlicher Expertise können wir auf viele Innovationen stolz sein. Wir haben Pionierarbeit bei der Entwicklung von führenden Arzneimitteln wie zum Beispiel Adrenalin geleistet. Mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in über 20 Ländern weltweit für uns tätig. Unsere europäische Zentrale befindet sich in München, Deutschland. Unser größtes Werk außerhalb Japans ist in Pfaffenhofen. Hier werden Medikamente entwickelt, hergestellt und in über 50 Länder der Welt exportiert. Das Leben ist einzigartig. Wir wollen unseren Beitrag zu einer verbesserten Lebensqualität auf der ganzen Welt leisten. Engagiert in der Forschung, im Einsatz für den Patienten. Wir sind Daichi Sankyo.